Und willkommen zurück zu Monkey Island. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind in der letzten Folge auf Blood Island gelandet. Und, ach ja, genau, der verkartete Barmann. Wir haben hier drüben diese komische alte Lady. Mit dem Plakat hat es da auch irgendwas. Daraus ist ja aufgeklebt. Irgendwas stimmt mit diesem Poster nicht. Nein. Nein. Okay, schade. Vielleicht später. Genau. Diese Dame hier haben wir zu Durda erschreckt. Hm, Käse. Haben wir denn noch unseren... Nö, haben wir nicht mehr. Schade. Ich brauche etwas, mit dem ich ein Stück abbrechen kann. Ja, ich dachte ja auch, wir haben den Keksausstecher noch. Aber dem ist nicht so. Ich möchte wirklich nicht wissen, was darin ist. Extra großes Käserad für die ganze Familie. Ich glaube, aus diesem Zeug machen sie Nachos. Wir haben wirklich nichts... Nein. Es ist ein weiches Kissen. Nein. Okay. Aber ein weiches Kissen bringt mich doch glatt auf eine Idee. Okay. Hier wollte ich eigentlich nicht hin, aber... Dann gucken wir uns eben erstmal den Friedhof an. Sie ist verschlossen. Und aufmachen wäre keine Option. Sie ist verschlossen. Mhm. Mhm. Ja, aber wenigstens achten sie auf Mülltrennung. Ist der Hammer jetzt für rechts- oder linkshänder? Es fängt an, ein Wort zu buchstabieren. Was könnte es sein? Rinderbraten? Rinderwahnsinn? Nein. Das ist nicht mein Job. Schade. Ich wollte noch ein Pier drauf. Meißeln. Na, hä? Da steht, alter, blinder Platz. Es ist ein stinkender, alter Hund. Okay, Freundchen. Das wird kein bisschen wehtun. Hey, ich glaube, es hat gar kein bisschen wehgetan. Er wechselt wohl gerade das Fell. Okay. Aber vielleicht komm ich ja mit dem Meißel. Jo, es klappt. Gut, jetzt zurück dahin, wo ich eigentlich hin wollte. Wo wollte ich eigentlich hin? Strand. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, hier oben liegt ein Ei. Und... Wunderhäbsch. Ähm... Jetzt... Stand hier doch was drin. Ähm... Nein, 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 nein. Bestimmt auf der letzten Seite. Warum ist die leer? Okay. Äh... Nein. Piratenkater hier. Ein Ei. Wir brauchen Pfeffer. Und... Ein Haar vom Hund, der mich gebissen hat. Nicht... Ah, okay. Äh... Sehr, 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 sehr. Schläfrig. Alles klar. Ähm... Gut, also ich hab das Ei. Ich brauch jetzt noch Pfeffer und ich muss dafür sorgen, dass mich dieser blöde Hund beißt. Und ich muss, genau, wieder aus dem Bruch rauskommen. Frito Farmer. Hier brauchen wir noch nicht. Pfeffer. Ah. Wenn es noch immer so leicht gehen würde. Stimmt verschlossen. Es ist abgeschlossen. Ach, wer hätt's gedacht. Da steht ein Fass auf dem Dach der Windmühle. Sie wirbeln um die Windmühlenspitze herum. Okay. Vielleicht kann er uns ja einen Tipp geben. Ich wollte ihn eigentlich nicht mitnehmen. Ich nehm nicht völlig wahllos... Hi, ich bin Guybrush Threepwood und ich... Hör auf zu brüllen. Ich habe nicht gebrüllt, ich hab nur... Oh, ich hab einen schrecklichen Kater. Bring mir etwas, wovon ich einen klaren Kopf bekomme und ich werde mit dir sprechen. Und sei leise. Okay. Was wollte ich gerade... Hol mir einfach die Zutaten für ein Mittel gegen Kater und ich werde mit dir reden. Hier ist eine wilde Pfefferschote fürs Antikatermittel. Sch, danke. Dann das Ei. Ich habe dieses Ei fürs Antikatermittel gefunden. Sch, danke. Er ist noch stinken. Ich glaube, das zählt nicht. Hier ist was von den Haaren des Hundes. Hat er dich gebissen? Naja, nicht wirklich, nein. Dann wird das wohl nicht viel nützen, nicht wahr? Oh, klingelt mein Schädel. Dann müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass mich der Hund beißt. Aber hier oben haben wir doch das letzte Mal auch noch was gesehen. So, jetzt wollen wir einen Hammer haben. Die Frage ist, was hat es uns genutzt? Außer, dass wir jetzt einen Nagel haben. Dreh. Ich werde besser diesen belastenden Bilderrahmen los. Was? Okay. Nichts, nichts. Alles gut. Wie sorgen wir jetzt dafür, dass uns dieser Hund beißt? Das heißt, wir müssen es bestimmt schmelzen. Das heißt, es ist bestimmt, ja, der falsche Weg, was ich hier gerade vorhabe. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Ich möchte den Käse nicht damit benutzen. Ich sage jetzt noch was, um den Hund zu ärgern. Vielleicht der Biskutkeks. Au! Er hat mich gebissen! Na schön. Äh. Na, sag mal. Heißt das? Das zählt jetzt? Hier ist etwas Haar von dem Hund, der mich gebissen hat. Psch, danke. Alle Zutaten, die ich benötige. Lass mich leise eine Ladung mischen. Ah, viel besser. Hier, den Rest kannst du behalten. Was wissen Sie über den verlorenen Ring von Blood Island? Ah, das ist ein sehr trauriges Kapitel in der Geschichte meiner Familie. Meine Grußtante, Mini Strone Meistersuppe, war ein gut situiertes Mitglied der Blood Island Gesellschaft. Ihre einzige Schwäche war ihre romantische Art. Sie hatte etwas übrig für Piraten und für einen davon ganz besonders. Er kam in den Hafen, sie verliebte sich auf der Stelle und innerhalb einer Woche waren sie verlobt. Dann, am Abend vor ihrer Hochzeit, stahl er den fantastischen Meistersuppe Diamanten von ihrem Ring und verkaufte ihn an Schmuggler auf der Totenkopfinsel. Sie trug den leeren Verlobungsring an ihrem Finger bis zu dem Tag, an dem sie starb, welcher nicht viel später war. Manche sagen, dass sie immer noch in der Gruft der Familie Meistersuppe spukt. Es ist eine traurige Geschichte, oder? Oh, Entschuldigung, ich habe nicht zugehört. Können Sie das wiederholen? Hau bloß ab, Suppenkasper! Totenkopfinsel, das wäre also interessant. Wie komme ich rüber zur Totenkopfinsel? Nun, es gab eine regelmäßige Fähre zur Totenkopfinsel. Gab es? Ah, in einer kalten Nacht, so erzählt man sich, stach der Waliser in seinem Ruderboot in See. Der dichte Nebel um die Totenkopfinsel verdeckte sogar den Mond. Aber der Waliser konnte das entfernte Licht des Leuchtturms von Blood Island sehen. Als er die halbe Distanz gerudert hatte, zersprang das Licht des Leuchtturms auf mysteriöse Weise. Und der arme Waliser war verloren und wurde beinahe nie mehr gesehen. Beinahe? Nun, es gibt einige, die sagen, dass spät in der Nacht, wenn man lange genug in den Nebel starrt, der fliegende Waliser zu sehen ist, wie er in seinem Ruderboot fährt, verloren bis in alle Ewigkeit. Gruselig. Heißt so viel wie, um auf die Totenkopfinsel zu kommen, muss ich den Leuchttraum reparieren. Ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Wer sind Sie? Ich bin Grieswald, letzter der Meistersuppes und Eigentümer dieses Hotels. Sie haben vielleicht von uns und unserem Suppenrestaurant Imperium gehört, das sich über die ganze Karibik erstreckt. Nun. Hm, das war einst unser prächtigster Erholungsort. In den letzten Jahren sind jedoch harte Zeiten über die Familie Meistersuppe hereingebrochen. Und sie haben mich alleine in diesem modrigen Hotel gelassen. Das Meistersuppe-Kolonialhotel und Casino. So, genau, ins Grab der Tante wollen wir auch. Rein hypothetisch, wie würde man in das Grab ihrer Tante kommen? Ich nehme an, dass sie sterben müssten. Oh, Mist. Noch einmal, wie würde man in das Grab ihrer liebenswürdigen Tante kommen? Ich nehme an, dass sie sterben müssten. Okay. Das heißt, wir müssen irgendwas finden. Ich mache mich auf den Weg, den rustikalen Charme von Blood Island zu erkunden. Wie? Wie, 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 wie? Ich werde es nie lernen. Dieses Glas ist für meine Trinkgelder. Stell das zurück. Aber ich wollte gerade eine Menge Geld reintun. Mehr, als ich mit mir rumtragen kann. Deshalb wollte ich es mitnehmen und dann auffüllen. Oh, dann okay. Das Argument schlechthin. So, dann... Der ist ungeschmolzen. Hier ist ein Topf. Ich benutze einfach etwas von dem Käse hier. Etwas ist gut. Ähm, ja. Gut. Damit haben wir eigentlich auch unsere Spielzeit schon wieder erreicht. Ich würde mich dann mal empfehlen. Eure Aufgaben sind klar. Daumen da lassen. Kommentar da lassen. Und Video teilen. Und dann, bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Und dann, bis zum nächsten Mal. Und dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, und dann, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.